Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir haben gewonnen, aber das gehört noch ein bisschen. Na, warst du vorhin schon mal, ne? Zwei Mal. Die langweilige Schulen. Winter in der Nacht. Die langweilige Schulen. Winter in der Nacht. Ich habe weniger Probleme mit dem Streichverkehr mit den Autos und vielleicht werden sich auch manche Leute überlegen, wenn man dann noch andere Angebote macht, wie Carsharing, dass man sagt, ich verzichte auf mein Auto. Also mit vernünftigen Lösungen kann man hier, wenn man eben als Straßenbahn, Auto und so weiter andenkt, kann man glaube ich eine ganze Menge erreichen. Ich mag es Frauen dabei zuzusehen, wie sie tanzen gehen, doch sie tanzen nie mit mir, drum tanze ich allein. Im Liederscheinwerferschein, ich mag es mir die Haare hochzustylen, auch wenn sie nicht gefallen. Das ist Musik für die Leute, die auf Platz sind. Es ist wie den Tag mit Sex beginnen, um den Tag mit Sex beenden, zwischendurch noch Sex zu haben, um nicht nur an Sex zu denken. Alle geben sich die Hände, alles ist korrekt am Ende, alle sind gut drauf und es gibt schon morgen eine korrekte Hände. Herzlich Willkommen in der Welt der Wunder, rasch herunter mit dem alten Plunder, ohne Schein kann kein Mensch sein. Die Sonne ist die Hände, alles ist die Hände, alles ist die Hände und die Hände. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's.